Ja, ich war zu spät. Ja, weißt du, bin ich zu langsam. Vielleicht ersuch dir dein Auto oben aus Fahrzeug und dann auf fortfahren. Du hast nämlich auch schon den Pfälzer getunt. Das zeigt dir deine Autos an und Standardautos. Hä, was soll ich machen? Dein Auto auswählen. Hab ich doch, schon lange. Was? Was? Wenn du dich mit der Rampe wegknockst, Alter. Wie irgendwo ins Nirvana. Ich hab die Kurve erst nicht genommen. Ich hab die Kurve erst nicht genommen. Wo in meiner Folge getunt ist. Ich bin da jetzt vorne weg. Ich hab bei dem soweit einen Kralens getunt. Das ist ja der Standardauto. Ist halt ein Rennwagen. Er ist mit einer der Besten, der noch unter Sportwagen zählt. So, selbst der Isha zieht an mir vorbei. Ist ein normaler Pfälzer. Äh, nicht Pfälzer. Wenn sie irgendein genommen... Achso, sie hat aber einen Comic schon getunt. Was sie halt tunen kann, sag ich mal so. Meiner ist voll aufgemotzt und der ist eigentlich nicht so gut. Ich komm da nicht mal hoch. Verarschen. Tja, falsches Auto. Der kann doch nicht sein. Der ist komplett getunt. Alter! Ich komm da nicht hoch. Ich würd's eigentlich provozieren, dass du hängen bleibst an mir. Alter, ich komme nicht bis zur nächsten Plattform. Ich komme da nicht hoch. Wer ist da explodiert? Achso, Taisha, wer sonst? Hahaha, bist du witzig. Ich komme nicht auf die nächste Plattform, mein Auto ist zu langsam. Ich komme ja nicht mal da hoch. Dann hast du bei der Plattform, falls du hochkommen solltest, noch mehr Probleme. Mir fehlen da locker noch 5 Meter, Alter, um auf die Plattform hochzukommen. Was ist denn das für ein Witz? Kann doch nicht sein, dass man mit dem Auto da nicht hochkommt. Stop. Ist klar, sie kommt mit normalem Porsche hoch. Ihr dürft nichts auf den Controller drücken. Ja, ich habe auch nichts auf der Tastatur gedrückt. Aber wo ich was gedrückt habe, mit Gleiten und so, ist es besser funktioniert. Na ja, meiner bremst komplett runter, schon von Boost zu Boost. Wir haben das zu steil da hoch. Ne, ich fahre mich nicht hoch. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Kevin, guck mal bei mir zu. Ja, warte. Lehn dich nach hinten, dann klappt es. Nein, geht nicht. Ich kann sogar noch Anlauf nehmen. Keine Chance. Ne, Mann. Loll. Viel zu langsam. Guck mal, wenn ich normal hochfahre. Ja, Kevin hat Rennen beendet. Guck mal, wenn ich normal hochfahre. Ich bleib zwischen dem Boost fast stehen. Ja, ja, mein Herz auch voll, oder? Alter, wie knapp immer. Alter, das ist ja noch gute 5 Meter. Das ist ein Witz. Okay, die Kameraperspektive, die ich habe, sieht knapper aus. Das ist ja mal voll der Witz. Kann man das Rennen nicht mal schaffen mit manchen Autos. Da ist ja zweiter geworden. Da ist ja zweiter geworden. Lass mal unten Staub. Mit Münzer Truck. Den kann man jetzt auch kaufen. Ich weiß.